ja okay ich sage nicht ich sage das nicht sonst wird das video hier gesperrt und das möchte ich auch nicht so warte mal hier ist exit pillen und rohrbombe ne molotov molly ich höre einen hunter franzes mein kill wieder ein auto was eine alarmanlage hat nicht drauf ballern leute schon wieder eine witch da ist sie entschuldigung aber ich wollte die witch killen hätte habt ihr das gesehen ich musste nur von hinten angreifen ich muss nur die witch von hinten angreifen dann kriegt die so viel damage dass sie dann zurückfliegt so jetzt wird mein schutzraum komm rein louis louis danke so da haben wir den nächsten abschnitt geschafft hat die meisten infizierten getötet cool die baustelle sind wir jetzt den tank schlechter bin ich endlich habe ich auch drauf geknallt es kommt noch witchjäger habe ich 1500 damage gemacht ja ein medikit nehmen ne leute ich heil mich mal so wie halt sich auch also nimmt sie sich wahrscheinlich neues medikit genau perfekt hast du das gemacht so okay dann los geht's von mir sofort nee nee wir haben leider nur die snipe zombie oh mein gott zeig mir doch einfach mal dein wirsing da geht's nicht lang so scheint die baustelle hier zu sein einer quickscope jemann ne wir haben so ein professioneller quickscope wo geht's jetzt hier lang ich muss jetzt mal wieder suchen hier hoch ja hier geht's hoch hier sind so viele sachen sind mal als cocktails et cetera ود ja die späne können sich ja was gef Colleen wenn man nicht so eine Pipebombe, also Rauhbombe, hier schnappt euch die Rauhbombe, alle hinterher, schön schön, jawohl, gut gemacht Zombies, ihr seid schlau, oh, da hat das Zombie, das Fein verloren, oh, der hat, oh, Francis hat so gut gemacht, ah, wir können jetzt lang, äh, warte, ja, hier leute ich noch eine zweite Pistole, aber ich habe zwei Pistolen, was gibt's hier, uah, verschwinde, da war gerade wieder ein Smoker, hä, wie habe ich denn den Smoker getötet, ich dachte, ich hätte den Boomer getötet, los Leute, wir müssen hier weiter, das ist doch leicht, das ist doch wirklich leicht, ja, Munition und Pillen, Pillen habe ich noch, dann futter ich mal, aber hätte ich davon, schon, ich war schon wieder eine Witch, ich hoffe, dass ich sie wieder erschrecken kann, zurückstoßen kann, da sitzt sie wieder, sie hängt da hinten fest, äh, ich find's lustig, ja, so werde ich zu Witch-Schlechter, ne, so werde ich zum Witch-Schlechter, äh, ne, bläh, eine Pipe-Bomb, wie gesagt, ich werfe die Pipe-Bombs immer so weit, dass hier die Zombies immer hinterherlaufen, ja, aber die genügend Zombies dort explodieren, hier gibt's, hier ist irgendwo ein Boomer, ich hoffe, dass irgendwann wieder so ein Boomer von allein explodiert, da war der Boomer, Nein, gut, okay, wo ist es wollt ihr? Was finde? Francis, danke! Ich klau mir noch nicht viel Kills, yeah, ich hab den Smoker gekillt, ich fühl mich so gut, ich stehe jetzt auch mal ein paar superinfizierte, meistens, ich glaube, ich müsste mal gucken, die meisten Kills von den ganzen superinfizierten hat Louis im Let's Play gemacht, im letzten Let's Play, also das vorherige Let's Play von Left 4 Dead, da hat, glaube ich, Louis die meisten Kills immer gehabt von den superinfizierten. oh, oh, Tank. Oh, verschwinde doch. Hier, Tank. Scheiß, oh, Zombies, wo kommt denn jetzt alle her? Ah, Jungs. Müsst ihr euch jetzt irgendwie in den Kampf mit dem Tank einmischen? Ich finde das nicht nett von euch. Mann. Habt ihr das gesehen? Ah, hier wäre noch ein Molotov-Cocktail. Nochmal Tabletten. Warte mal gerade. Hier, Francis. Da sind meine Pillen. Du hast schon Pillen. Ah, die wollten Munition nehmen, richtig. Hier ist nochmal, hier ist noch, hier sind nochmal zwei Pillendosen. Wie sich die Zombies jetzt gerade wieder eingemischt haben, ne? Ah, jetzt sind wir hier draußen. Immer die Zombies von hinten. Verschwindet. Guck mal. Ich muss jetzt halt auch nicht mal eine andere Waffe nehmen. Ne, eine Pumpkan, ne? Richtig schöne Pumpkan. Richtig Lust drauf. Oh, Mann, oh. Ich finde das. Ich finde das so geil, wie die mal so mit dem Kopf durchglitschen durch diese Fenster. Habt ihr das gesehen? Wie das Zombie einfach mal so durch... Oh, ich bin noch Zombie. Yeah. Ohne zu zielen. Scheiß Hunter. Ohne zu. Ohne zu. Ohne zu. Was ist das, was ist das? Der Boomer hat sich wieder selbstzellig von da oben runter gesprungen. Boomer hat's gesagt. Niemand hat ihn gekillt. Aber das war nicht so genial wie im... Okay, Francis hat ihn getötet. War nicht so lustig wie im letzten Part. Oh, ich find's lustig, wie man die Linken immer tötet. Oh, Zombiemasse kommt. Ich verschwinde. Ey, die sind schlau. Die laufen schräg, damit man die ja nicht trifft. Hör's nochmal ab. So, da rein. Da rein, da rein, da rein, da rein. Oh oh. Gefährliches Auto. Oh, Louis. Er ist... Oh, er ist da rüber gelaufen, ne? Die laufen da jetzt alle rein. Das ist gut. Oh, Louis, ey. Du bist dumm. Einfach nur dumm. Oh, gefährlich. Da kommt wieder ein Tank. Leute, ladet nach. Oh, jetzt kommen auch noch Zombies wieder von hinten. Ich hab keine Zeit gegen euch. Oh, Zombies. Verschwinde. Du auch. Puh, war das wieder knapp. Und ich hab eben grad mal ein Molotow-Cocktail weggeworfen. Super. So. Der ist mal wieder geheilt. Warte mal. Francis hat da irgendwas gefunden. Francis, was hast du denn hier? Hier ist ein Molly. Molotow-Cocktail. Okay, hättest du mir das nicht früher sagen können, dass hier noch ein Molotow-Cocktail liegt? Dann hätte ich den Tank besser zerlegen können. So. Hier jetzt rein. Airport, Skybridge. Ah, hier ist nochmal eine doppelte Waffe. Ich hab einen Smoker. Hm. Noch ein Hunter. Ah. Hier ist der Schutzraum. Boah, was war das denn für ein scheiß Hunter? Das war gemein. Schnappen sich alle schon die Medikits, ne? Ich will auch. Achso, ich hab noch eins. Super. Cool. Ja, müssen sich wahrscheinlich alle eins nehmen, ne? Also außer ich. Ich habe noch ein Medikit. Das Terminal kommt jetzt. Der Terminal? Äh, das Terminal? Der Terminal? Hm. So. Jetzt möchte ich mich heilen. Heil dich, ja. So. Jetzt nimmt sich Francis noch eins. Ja. Alle da. Alle fertig. Alle frisch. So. Jetzt möchte ich mal ne Pumpkan mir nehmen. Kein Sniper mehr. Denn ich möchte wieder rumpumpen hier. Bisschen mit voller Kraft voraus jetzt hier. Da ist nichts. Hier ist aber irgendwo. Hier sind Pillen. Und hier ist noch ein Molotow-Cocktail, wenn man einen braucht. Aber die KIs sind ja so strohdoof und nehmen sich leider keinen. Ähm, ja. So ganz ruhig hier jetzt im Korridor. Ich bin ne Zombie. Ähm. Wo sind denn hier jetzt Zombie? Da sind nochmal Pillen, oder? Ne, das ist ne Rohrbombe. Warte mal. Ich hab mal ne kleine Idee. Eine Rohrbombe. Ja. Ich weiß, dass hier ne Rohrbombe liegt. Äh. Wir machen mal eins. Wir werfen mal eine Rohrbombe raus. Wir laufen jetzt die Zombie-Salle hinterher. Und nehmen uns natürlich jetzt. Oh, die explodiert alle. Sie brennen. Ich brenne. Ich brenne. Ich brenne. Was ist denn da explodiert? Tür geht kaputt. Luis, wie doof bist du? Warum stellst du dich immer noch mitten ins Feuer? Äh. Typisch KI. Dumm wie Brot. Stellt sich an. Als würde er gleich irgendein... Äh. Würde man irgendwas, äh. Falsch gemacht haben. Und was soll man sagen? Trink-KIs. Die sind wirklich sensationell strohdoof und setzen. Chains. Einfach so. In den Dings rein. So, warte mal, Leute. Ich glaube, wir haben hier irgendwo noch Pipe-Bombs. Nö, doch nicht. Schade. So. Dann Boomer. Oh, fuck. Scheiße. Noch ein Tank. Mist. Jetzt hat der Tank nicht. Aber hier geht mir gar nicht ganz schön auf die Nerven, die Zombies. Nochmal ein Tank. Wie schnell kommen hier denn Tanks, ey? Puh. Knapp bis knapp, ey. War hier denn irgendwas drin, was dich der Tank hier irgendwie geschnappt hat? Nein, schade. Nicht mal irgendwie Munition oder so. Come Chappelle? Murat. Christoph.